Jo Freunde, jetzt sind wir mal auf dem Innenhof der Burg und wie man dort anhand der Kellertreppe entdeckt, haben wir uns darunter gestrichen und wir haben erst beim Hochgehen gemerkt, wir hätten eigentlich was bezahlen müssen, aber in Handwerkshosen kommt man überall rein. Ja, also so richtig original sind die Fliesen natürlich nicht, mit den eingebauten Fußbodenlampen, naja, soll ein Folterkeller für die Touristen darstellen, aber ich denke immer mal, das sind keine Originalstücke, vielleicht war das einfach bloß mal ein Vorratsraum früher. Ja, der sieht sehr bequem aus, das ist eine Hobelbank, die zur Streckbank umgebaut wurde, sieht auch ziemlich neu aus. Jo, das war das Henkerweil, der hat seinen Eintritt nicht bezahlt. Notausstieg, Freund. Genau. Aber so sieht das wenigstens sehr gut durchrenoviert und trocken aus unten im Keller. Der Burghof oben. Ja, nur man kann einiges entdecken dort, also sehr empfehlenswert. No. Genau. Tür же. Ja. Ja. édregel6. Ja. 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 inci.